Hier ist der Storm O, heissig Er ist Sergeant Hanna Er ist Sergeant Hanna Wer kommt da wieder? damals ist der schon so gut wie tot jetzt vielleicht ist unser team doch gar nicht so schlecht auch ist er erneut woche doch leben gerettet also ich bin zurück das sind Kappkammer der Spinnkönigin das wissen wir heute die 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 jetzt nicht mal nein geht schon klar alles klar Sesselpuppe du meinst was mir fällt geht schon klar mir juckt der Finger am Abzug ich mach das schon Ziel ausgeschaltet läuft grad ein bisschen bei uns läuft grad ein bisschen bei uns mir juckt der Finger ein Mann muss tun was ein Mann tun muss ein Mann muss tun was ein Mann tun muss als Maul und sterben ein Mann muss tun mit 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 hin mit mit met mit mit Tome Oi Tome ich werde euch belohnen pass auf ja 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 lauf alle ja zurück fliegt aus dem kampf Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Ne, ist echt wieder alle mitgerannt? Ja. Ach, die. Ja, eben. Na ja, wir haben Feuerbahn. So schön. Achtung. Hier kommen jetzt wahrscheinlich alle wieder, fast auf. Stimmt. Ja, nicht alle. Oben sind drei. Ja, stimmt. Das sind jetzt die einzigen beiden. Ja. Ja. Doch, die haben mich kurz angegriffen. Ja, ich bin jetzt schon nach fünf Kills beteiligt. Yeah. Okay, da kommt Diablo. Kann sie mal bitte jemanden eine Kugel verpassen? Okay, da ist auch noch der Magier. Meinst du, wir kriegen die hier? Achten, da unten rennt einer. Ja, 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 ich mach' ja schon. Okay. Lauf. Und kill den da. Oh, da ist ja auch so. Okay, was geht jetzt ab? Das ist heavy. Das ist heavy. Alles klar, du Sesselbauer. Ja, 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 ich mach' ja schon. Okay, bot. Oh man, jetzt hab' ich nicht hier extra. Ja, ich mach' ja Achtung, dann kommen schon wieder die nächsten. Man muss tun, was ein Mann tun muss. Der war richtig schlecht. Ich mach das schon. Du wirst ganz schön mitgenommen. Halbrund ist der Glück. Ja, ich bin tot. Aber ich hab eigentlich gemeint, ich kann dir mit der Aktion das Leben retten. Hat auch funktioniert, weil du wärst tot gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Aber ich konnte ja nicht wissen, dass Diablo noch Angrasch kommt und Arthas auch noch kommt. Weil den Schlangentypen hätte ich getötet, diesen Wurm. Und uns haben Katz-Boss geholt. Gut, dass die sowas ankündigen, gell? Der Feind hat meinen Befehlen Folge geleistet. Bald werdet ihr meine Macht spüren. Ein Mann muss tun, was das Mann tun muss. Verteidiger Leuko, der sterbt. Mich kümmert es nicht. Okay, ich geh mal Mitte verteidigen. Oh, oben ist jetzt auch ein geiler Fight. Unser Haupt-Boss gegen den, ihre Netzweber. Aber unser Haupt-Boss wird verlieren, weil der Netzweber uns doch nicht angreift. Jetzt will ich oben verteidigen. Oh, jetzt will ich mich fischen. Ich denke, ich glaube, es kommt nicht zu dir. Ja, drei Leute. Ja, jetzt soll ich hochkommen, oder was? Der ist auch witzig. Es ist vorbei. Woher erst? Hier unten auch mit ein paar Gegnern, doch. Der hat mich hochgefordert. Das war ich. Tigers möchte selbst in den Hammer. Der andere hat mich aber hochgefordert. Ernichte, ihre Könstmonte. Bringt die Juwelen zu meinem Alltag. So, euer Feind. Komm schon. Oh, fuck. Hu, 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 hu. Stimmt doch. Ach, Fotze. Halt's Maul und sterb. Auch wenn du hast nen Plan. Du musst nicht erst sterben. Ihr habt euer Versprechen erfüllt. Eure Magie gehört. Und ein Push-N-Grab 2. Ihr habt keine Lieder. Zeigt keine Gnade. Alles klar, du Sessel-Puppa. Willst du mich schätzen? Und hier hat man gesagt. Und hier hat man gesagt. Und hier hat man gesagt. Was ist das Wurden? Oh Gott. Jetzt lauf du, Mongo! La... Der jetzt hätte... Oh fuck, der ist da oben. Oh fuck, da geh ich jetzt lieber nicht hin. Möchte nicht so... Wir leben. Darauf hab ich doch eigentlich gewartet. Irgendjemand von denen so doof ist. 15 Minuten. Boss. Was? Wohin? Knoppen wir uns dieses Söldnerlager! Atmen nicht mal so laut. Wer? Du! Ja, das ist ja nicht so korrekt vom Mund an. Oh... Mir hat man gesagt, wir sind in Wasser drauf. Alter. Nicht übel. Brauch ich mal wieder ein bisschen Leben, muss er seinen töten. Ich hoffe, du hast nen Plan. Neuer Gegner hat ein Fuhr zerstört. Wir sollten uns dieses Söldnerlager zur Brust nehmen. Söldnerlager... Oh no, 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 no. Oh fuck. Wo bleibt der Zauberbaum? Ja, ich hab dem anderen das Leben gerettet. Dafür bin ich jetzt halt gestorben wieder. Das ist halt einfach immer so. Rettet mir irgendjemand das Leben und dann verrecke ich. Aber zumindest hab ich noch nen Chaos zusammen bekommen, bevor ich verreckt bin. Mit allen Mitte. Willst du mich schätzen? Oh fuck. Müssen unten aufpassen. Müssen unten aufpassen. Oh. Oh. Ja, ja, ja. Lauf Richtung Bels. Ja, ja, ja. Ich mach ja schon. Oh, hier sind viele. Was der drauf geschaut ist. Oh, 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 oh. 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 Der Wutrausch ist zu Ende. Get back. Get back. Lassen wir das Feuer regnen. Okay, ich glaube, ich tue hier gerade wenig. Noch die drei und dann... Jetzt haben wir die Dinger ein. Hätte ich eh nicht geschafft, so schnell abzugeben. Aber es ist eine geile Runde, muss ich sagen. Ausflugig, ja. Ja, verdammt ausflugig, ne? Die geht auch schon wieder mega lang für so eine Runde hier. Inzwischen würgert es sich ja doch ein, dass die Runden alle ein wenig kürzer sind, ja? Aber die hier... Ich muss hier viel Leute anschauen, oder? Ja, ja. Loll, es ist nicht so, aber hier ist es doch die ganze Zeit. Ah, warte, fuck, ich war wieder Solo. Hier, die Runden sind aber alle die ganze Zeit zu kurz. Also hier kommst du im Normalfall nicht über 20 Minuten rüber. Da ist ein anderes Spiel, es ist nicht LOL. Oben noch das. Was für das vor ist, geht's halt. Was für das vor ist, geht's halt. Was für das vor ist, geht's halt. Du bist auch schon so ein bisschen so ein Wasserienkiller. Unsere Leute sind auch schon wieder ein bisschen lebensmüde, ne? Bitte lauf da weg. Ich hab eine Festung verloren. Meine Macht gehört wieder dir. mit sowas kann ich nicht anfangen alles klar, du zesseln, du warst der war schön, glaube ich das könnte ich den ganzen Tag machen was macht Moradin da, Moradin ist echt zu lebensmüde Moradin stirbt einfach die ganze Zeit ja, der ist gerade eben vier Gegnerin gerannt oh man, ich kann nicht fahren und schießen gleichzeitig ich dachte, es geht das ist doch immer schon eine letzte die anderen Welt, weil ich alle immer noch was gewussten soll ich hab schon wieder fast 10 jubilen ein ausgezeichneter Schlag ein Held kehrt in den Kampf zurück der eine Typ ist aber auch irgendwie die ganze Zeit nur HFK dieser ich mach das schon ET10, ne? der fliegt die ganze Zeit raus hab ich gar nicht gehofft, er darf fliegt immer wieder raus, der ist fast nur drinnen aber die wachst du jetzt weg gut raus, jawohl alter, inzwischen mache ich einfach 500 irgendwas D-Wedge-Vorschuss Wir haben wieder die Monster unten geholt, ne? Nur so als Zwischen-Info So, da ist es Down nicht! Du bist auch down Grunde Finsch Nun žejные maje Stem Öl Anja Wann kräht! Wann ist auch klar? Anja Kjönen Kjönen Wann kräht? Kjönen Anja Anja Mein Helm flieht aus dem Kampf! Mit allen Mitteln! Gott! Alter, fehlen glaube ich die erste! Ja wir müssen Boss! Mir juckt der Finger am Abzug! Ich mach das schon! Ja, das Deals ging da drauf! Ja, aber jetzt können wir die doch von hinten rappen! Mega Kill! Alter! Wir haben nur 2 Mann verloren für Mega Kill! Ja, wir haben nur 2 Mann verloren für Mega Kill! Ja, ich würd sagen, das ist ne geile Runde! Wir haben grad einen Mega Kill gezogen! Ich bin zu dem Kampf der Scheiße! Achtung! Links ist schon wieder hier! Diablo kann halt so schnell respawnen! Ja, ja! Ja, ja! Diablo wurde auch gestunnt! Gigi, ja was sei! Gigi, man! Aaaaaaaaah! Ich spürze! Jaa! Verdammt geile Runde! Mit nem Mega Kill! Zum Sieg, Leute! Ja... Verdammt geile Runde! und dann hauen wir einfach ein Megakill raus. Ja, okay, wir haben auch zwei Level, wir haben auch zwei Level, aber, ja, okay. Was? Ja, zwei Level drüber. Naja, wir waren nur ein Level drüber und auf Level 23, 24 ist fast kein Unterschied mehr. Das war... Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das war auf jeden Fall richtig... Ja, dann nach dem Megakill waren wir zwei Level drüber. Auf jeden Fall ist das richtig geil. Das war eine richtig geile Runde, ja. Ja, ja, auch über 1000 Gold habe ich einfach gemacht in der Runde. Über 1000 Gold in einer Runde. What the fuck? Ja, über 1000 Gold. Naja, Ereignis, tägliche Quest 1, tägliche Quest 2 und dann noch Siegbonus und Megakill und was weiß ich was. Über 1000 Gold. Ich finde schon was ich. Jo, okay, Leute. War aber eine geile Runde. War aber eine geile Runde, muss ich nicht sagen. Ich würde sagen, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Servus und ciao. Bis dann, ciao. 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 Musik. Bis zum nächsten Mal.